Sehr geehrtes Präsidium, liebe Brandenburgerinnen und Brandenburger, auch Berliner Herr. Ich darf mal kurz unterbrechen, das sehr geehrte Präsidium kann auch direkt angesprochen werden mit sehr geehrter Präsident oder Vizepräsident. Nur mal als Hinweis. Bitte schön. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, Vizepräsident, meine lieben Brandenburgerinnen und Brandenburger und die Berliner im Saal und an den zugeschalteten Geräten. Wir sind hier im Brandenburger Parlament und wenn Sie Ihre Zwischenrufe stoppen würden, dann könnte ich auch mit meiner Rede beginnen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Thema ist ein Ärztes. Der RBB ist in schweren Fahrwassern, immer noch. Vor gut einem Jahr gingen die Schlagzeilen los und Patricia Schlesinger, die den RBB und den ganzen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in eine schwere Vertrauenskrise stürzten und unseren Heimatsender, den RBB, auch in eine wirtschaftliche Schieflage brachten. Es ging um Essenseinladung, es ging um teure Büroetagen, Massagesitze, verschenkte Weine und ein digitales Medienhaus, was schon baukostentechnisch vollkommen aus den Rudern lief, bevor überhaupt ein erster Spatenstich erfolgte. Kurzum ein wahres Desaster. Deshalb ermittelt heute die Staatsanwaltschaft und die Landesrechnungshöfe haben ihre Prüfberichte vorgelegt. Die Politik in Brandenburg und Berlin diskutiert zu Recht umfangreiche Änderungen am RBB-Staatsvertrag. Der RBB-Staatsvertrag, das wissen Sie, regelt die innere Verfassung unserer gemeinsamen Rundfunkanstalt. Und hier gibt es keine Frage umfangreiche Änderungsbedürfe. Sei es bei den Kontrollmechanismen, sei es bei den Gehaltsstrukturen, aber auch beim Brandenburger Programmanteil. Meine sehr verehrten Damen und Herren, schon der vierte Medienänderungsstaatsvertrag, den wir hier nachher noch im Parlament einbringen werden, erhält wesentliche Änderungen im Bereich Transparenz und Verhaltensregeln. So müssen künftig Intendanten ihre Gehälter offenlegen, unabhängige Compliance-Beauftragte geschaffen werden und für Aufsichtsgremien werden betriebswirtschaftliche und rechtliche Qualifikationen festgeschrieben. Herr Präsident, lassen Sie eine Zwischenfrage am Mikrofon? Nein, lasse ich nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Brandenburger Landesregierung hat auch deutlich gemacht. Erstens, der RBB-Staatsvertrag wird zügig immobiliert. Zweitens, die Vorschläge der Landesrechnungshöfe werden dabei Eingang in den künftigen RBB-Staatsvertrag finden. Und drittens, ja, das bedeutet auch ein Gehaltsdeckel für das RBB-Führungspersonal. Aus diesem Grund, und das sage ich ganz ironiefrei, danke ich den Freien Wählern für ihren heutigen Antrag zur Novellierung des RBB-Staatsvertrags. Denn dankenswerterweise greifen die Freien Wähler die Vorschläge der Landesrechnungshöfe auf. Und was mich freut, es ist ein sachlicher Beitrag zur notwendigen Debatte. Der Antrag, ja, die Ausführungen, naja, erinnerte doch ein bisschen an den Karnevalsantrag, aber egal. Was mir nicht gefällt an den mündlichen Ausführungen der Freien Wählern in der Presse in den vergangenen Tagen, darauf gehe ich gleich noch ein. Der RBB hat sich nämlich einen strikten Aufklärungskurs verschrieben und unter der Interimsintendantin, Frau Dr. Farnow, einen harten Sparkurs eingeleitet. 49 Millionen Euro binnen zwei Jahren müssen eingespart werden, um den Sender zukunftsfest zu machen. Das ist kein einfacher Weg, denn das Programm soll ja attraktiv bleiben. Das sind wir doch den Fernsehzuschauern und den Radiohörern in Brandenburg und Berlin schuldig. Wie Sie wissen, letzten Freitag wurde mit Ulrike Demmer eine neue Intendantin gewählt. Eine langjährige und preisgekrönte Journalistin. Die meisten kennen Sie aus der Bundesprensekonferenz, wo sie fünf Jahre lang als stellvertretende Regierungssprecherin tätig war. Der gute Anstand gebietet es, zunächst einmal zu gratulieren und das tue ich hier für die SPD-Fraktion in aller Form und wünsche Frau Demmer für ihr Amt alles Gute. Ich möchte alle dazu ermutigen, die üblichen 100 Tage abzuwarten, bevor harte Urteile oder sogar Vorverurteilungen getroffen werden. Auch das gebietet der Anstand. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche mir vom RBB eine weniger abgehobene Bild- und Berichterstattung über Brandenburg und dass auch mal die Berliner Brille abgenommen wird. Und das kann man auch in Zahlen belegen. Ein Beispiel. Der Ehrenpräsident des FSV Lockenball, der Rüdiger Riethoff, hat sich penibel die Sportberichterstattung in den Abendnachrichten angeschaut. Dabei hat er festgestellt, dass im beobachteten Zeitraum 46 Berichte über Berliner Vereine und nur drei über Brandenburger Vereine gesendet wurden. Das kann uns als Brandenburger wirklich nicht zufriedenstellen. Sicherlich nur ein Ausschnitt, aber es zeigt doch, worum es grundlegend geht. Nochmal, ich wünsche mir ein Programm, das ausgewogener alle Seh- und Hörbedürfnisse berücksichtigt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, um den RBB auf einen guten Kurs zu bringen, braucht es einen guten RBB-Staatsvertrag. Und, da sind wir uns doch alle einig, lassen Sie uns den RBB-Staatsvertrag zügig mit vereinten demokratischen Kräften novellieren, aber auch ohne Polemik. Deshalb überweisen wir in den Antrag der Freien Wähler einen Satz zu dem Antrag der AfD. Der dürfte im Hinblick auf Artikel 3 und Artikel 21 verfassungswidrig sein. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Dankeschön. Applaus Applaus Vielen Dank.